Hallo, ich bin's, Anna, die Siegerin des Castings von GameTV Schweiz. Vor kurzem erschien der Remaster des legendären Spiels, Metroid Prime. Als Metroid Prime 2002 auf dem GameCube erschien, katapultierte das Spiel das derzeit beliebte Sidescroller-Franchise in ein 3D-Format, und das mit großem Erfolg. Mit seinen Sidescroller-getreuen Puzzles und gigantischen Bossfights bleibt Metroid Prime eines der beliebtesten Spiele im Nintendo-Katalog. Der Remaster bringt das klassische Spiel, zusammen mit einer überarbeiteten Steuerung und moderner Grafik, auf die Switch. Folgt uns auf GameTV.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna